R-E-W-R-M-S-I-D Oh Leute, was geht? Herzlich Willkommen hier zu diesem wunderschönen Video. Ich bin heute nicht alleine, Leute. Weltpremiere. Ich habe jemanden dabei. Ihr seht es oben schon in der Facecam. Und ihr seht ihn hier auf dem Server. Hallo, Propa! Hallo! Na, alles gut? Ja, alles gut. Ich soll dir heute Minecraft beibringen? Ja. Okay, pass mal auf. Ich will hoffen. Okay, du merkst ja schon, wie du deinen Kopf verwegst mit der Maus, ne? Ja. So, wenn du jetzt auf die W-Taste drückst, drück mal auf die W-Taste. Wenn du auf W drückst, dann läufst du nach vorne. Und mit der Maus kannst du steuern, wohin du läufst. Siehst du das? Ja. Das heißt, da wo du hinguckst... Moment, jetzt habe ich dich weggesteuert. Je nachdem, wo du hinguckst, da läufst du hin. Richtig, genau. So, wenn du jetzt W drückst, guck mal hier, wenn du W drückst, dann läufst du. Aber vorsichtig... Nein, 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 das klappt nicht. Nee, wenn du W drückst, bei W. Genau, so. So, und jetzt, wenn du hier vorstehst, kannst du Leertaste drücken, Leertaste und dann springst du. Genau, richtig, ja, ja. Ja, jetzt bin ich vorne. Ja, weiter, 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 komm mal. Ich bin von alleine gesprungen. Komm mal hinterher, komm mal hinterher. Genau, sehr gut, so. Pass mal auf, dann geh einfach mal hinter mir her, geh einfach mal hinter mir her. Warum bleibst du stehen? Wir müssen es ja jetzt erstmal was zu... Ja, da steht ja ein Baum. Genau, so, den baue ich jetzt einfach mal ab, guck mal. Den hauen wir ab? Ja, dann brauchen wir, wir müssen Holz fällen. Komm mal hier rüber, komm mal rüber zu mir. Soll ich ihn fällen? Ja, wenn du rüberkommst, gerne. Laufen wir hier rüber. Wem war das? Wir müssen erstmal rüber gehen, Opa. Genau, immer weiter näher ran, richtig, genau, genau, genau. Jetzt hab ich ja, sehe ich nur den Stamm. Ja, ist ja richtig, genau. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt stehst, einmal draufklicken mit der Maus und gedrückt halten. Gedrückt halten. Genau, sehr gut, guck mal. Ah, jetzt. Sehr gut, so, Nummer eins. Jetzt hat man durchgesägt. Richtig, genau. Soll mal einmal komplett den ganzen Baum hier abbauen. Ja, aber bleib nicht da drunter stehen. Warum? Wenn ich den Baum jetzt runterfallen lasse, dann bist du platt. Ah, das ist das Gute bei Minecraft, das gibt's halt nicht. Da gibt's keine Physik, da passiert nichts. Aha. Guck hier so. Kein Blut? Kein Blut, gar nichts. Alles kinderfreundlich. Ja. Ich hab jetzt was gebastelt. Guck mal hier, wenn du jetzt hier mal Rechtsklick drauf machst, mach mal Rechtsklick hier drauf. Guck mal hier auf das hier. Augenblick. Genau, bau erstmal weiter. Jetzt hast du den Block wieder dahingesetzt. Ach so. Geh dir mal wieder abbauen mit Linksklick. Mit Rechtsklick kannst du nämlich Sachen platzieren. Genau, gedrückt halten, gedrückt halten. Genau, genau, weiter, weiter, weiter. Ah, 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 ah. So, jetzt ist es wieder. So, jetzt ist er weg. Genau, jetzt ist er weg, richtig, genau. Wenn du hier Rechtsklick drauf machst auf den Tisch, Rechtsklick, so, jetzt ist da ja ein Feld, jetzt siehst du ja, dass da so neun Felder sind. Ja. So, und unten hast du jetzt im ersten Slot diesen Holzblock, ne? Ja. Wenn du den jetzt einmal anklickst und oben in die neun Felder reinzieht, dann passiert was. Pass mal auf, mach das mal. So, jetzt hab ich vier Blöcke im rechten Feld. Genau, richtig, genau. Und da klickst du jetzt nochmal drauf, klick da nochmal drauf. Hab ich. So, pass mal auf, und jetzt kannst du, jetzt kannst du die vier Blöcke wieder ins Feld tun und mal übereinander tun, dann kriegst du nämlich Stöcke, dann kriegst du zwei Stöcke. So, klappt das? Jetzt, ja, jetzt hab ich vier. Stöcke. Vier Stöcke. Genau, so, pass mal auf, dann mach ich dir jetzt erstmal was, schau mal hier, du kriegst erstmal von mir ein Schwert, die Stöcke behalten wir mal, die brauchen wir für später, schau mal hier. Einmal ein Schwert für dich, damit du dich verteidigen kannst. Ja. Dann kriegst du einmal ne Spitzacke, damit du Stein abbauen kannst mit mir gleich zusammen, weil wir müssen ja ein bisschen arbeiten, wir wollen uns ja schon ein Haus hier bauen, oder? Aha. Ja, oh. Wir müssen, wir haben ja hier ambitionierte Ziele, wir müssen natürlich jetzt auch schauen, dass wir hier gemeinsam was erreichen. Ja, 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 ja. Ich baume mal ganz kurz weiter den Baum ab, und dann können wir auch direkt mal gleich gucken, ob wir sich was zu essen besorgen, denn wir müssen wahrscheinlich wohl oder übel gleich ein Tier töten, damit wir was zu essen bekommen. Was muss ich jetzt machen? Einfach hinterherkommen, einfach mit der W hinterherlaufen. Schönes T-Shirt, was wird anders, Wahnsinn, Wahnsinn, mit dem Mölsch, das ist echt gut. Ja, ich steh mich ja nicht. Nicht ins Wasser reinlaufen, nein, nicht ins Wasser, komm zurück, dreh dich um. Genau, sehr schön, das klappt da schon mal richtig gut hier, das klappt da schon mal richtig gut hier, also ich seh schon, wir beide können hier was richtig, richtig Schönes aufbauen. Ja, das läuft, das läuft, das läuft. Spielst du denn viel persönlich? Minecraft habe ich erst einmal in meiner Jugend gespielt. In deiner Jugendzeit? Ja, ja, so lange ist das erst. Schau mal hier vorne, was haben wir hier? Hier haben wir Hühner. Oh, das sind Schwimmbecken. Das ist, genau. Das ist der Pool, das ist der Pool da in deinem Feriencenter. Das ist der Pool in meiner Villa, richtig, genau. Ah, da hast du auch vorgesessen. Richtig, genau. Das war alles angetäuscht. Das war alles nur virtuell. Guck mal hier vorne links, schau mal hier. War alles nur Minecraft. War alles nur Minecraft, ja richtig, alles gefaked, alles gefaked. Ja, ja. Schau mal hier, hier haben wir einen Huhn, guck mal hier vorne, schau mal. Hier vorne haben wir einen Huhn und das Huhn, das können wir jetzt töten, wenn wir wollen, weil wir brauchen ja was zu essen, weißt du. Hast du da eine Motorsäge? Ich habe das Schwert, das geht auch. Also das Schwert, gibt da Blut? Ne, das gibt kein Blut, alles gut. Ich kann kein Blut sehen. Nein, 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 da passiert nichts. Komm ruhig mal hier rüber, komm ruhig mal hier rüber. Guck mal, wenn du jetzt Restlicks machst. Oh, ups, Entschuldigung, Entschuldigung, alles gut, alles gut, alles gut. Wenn du jetzt so schlägst. Das war, ist er tot? Ne, 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 alles gut, alles, alles gut, alles gut. Warte mal, ich muss ja, ich muss ja. Ja. Oh, hallo, wo bist du? Hier bin ich. Komm mal mit, komm mal mit hier vorne hin. Sehr gut, so, komm mal hier, pass mal auf. Und jetzt komm mal hier vorne hin und jetzt können wir das Schwein mal schlagen. Stell dich mal zum Schwein hin und drück einfach mal dein Schwert. Wie wieder mit W. Genau, richtig, immer mit W laufen, genau. So, hier, komm mal, hier ist das Schwein. Hier steht das, hinter dir. Andersrum. Moment. Da ist es, guck hier, da. Wenn wir jetzt dahin gehen. Ah, das läuft ja weg. Richtig, genau. Wenn wir dem jetzt hinterher laufen, hier vorne, wo ich bin, hier. Dann wird es schließen. So, und jetzt kannst du hingehen, jetzt, guck mal hier, vorne ist es, hier rechts. So, und jetzt kannst du es schlagen gehen. Jetzt hau mal drauf, hau mal drauf. Einmal draufhauen. Sehr gut. Und nochmal, nochmal. Nochmal? Jetzt ist es weg. Oh, ja, jetzt die ganze Mauer, äh, eigentlich stört. Guck mal, es steht gerade unter dir. Wenn du jetzt einmal umdrehst und nochmal draufhaust, dann hast du es geschafft. Nochmal? Ja, einmal rumdrehen, einmal nach unten gucken und rumdrehen. Einmal nach unten gucken und rumdrehen. Das ist nicht gesagt. Wo? Warte, warte, hier. Schau mal hier. Rumdrehen. Hier, es ist direkt neben dir, das Schwein. Es ist direkt neben dir. Da sitzt der Niklas. Nein, 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 in Minecraft. Ah, du. Jetzt ist es weggelaufen, jetzt ist es weggelaufen. Warte mal. Ich hole dich mal ganz kurz hier raus. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Moment, ja. Wieder mit W? Wieder mit W, immer mit W, genau. Immer mit W. So, einmal hier rum, einmal mich anschauen. Andere Richtung. Andere Richtung. Du läufst mir ja immer aus dem Bild. Hier bin ich, hier vorne, schau mal. Ja, da, ja, ja. So, hier, komm mal mit. Jetzt folge ich. Hier, genau, so. Und jetzt zum Schwein einmal hin. Jetzt das Schwein hier einmal hauen. Ja, jetzt lege ich jetzt Schwein nicht. Warte, hinterher, einmal rumdrehen. Ah, da, ja. So, und jetzt einmal, jetzt komm mal her, komm mal her. Und jetzt hauen wir mal zusammen drauf, komm. Einmal hier rüberlaufen, zu mir rüberlaufen. Und jetzt, jetzt zusammen. Eins, zwei, drei. Weiterschlagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, pass mal auf. Nochmal schlagen, nochmal schlagen. Hinterher, hinterher, jetzt schlagen, jetzt schlagen. Warte, warte, warte. Schlag weiter, schlag weiter, schlag weiter. Nochmal schlagen. Nein, die Maus tut es nicht bei uns. Ach, die Maus ist kaputt? Nein, ist sie nicht. Pass mal auf, soll ich das Schwein mal, soll ich das Schwein mal erlegen für uns? Ja. Pass mal auf, ich mach das mal. Ja, ich drück doch an da und hier drauf. Guck mal hier, jetzt haben wir hier Schweinefleisch bekommen. Schau mal am Boden, da ist Schweinefleisch, siehst du das? Da machen wir Wurst. Da können wir, können wir lecker Wurst draus machen, genau. Wir können das jetzt auch braten. Soll ich uns mal was, möchtest du was essen? So, und was haben wir denn jetzt? Ja, hier, hau drauf. Nochmal, jetzt ist es weggelaufen. Ja, jetzt haben wir ein Loch am Boden. Sollen wir dann Huhn reintun ins Loch? Pass mal auf, warte mal, ich hab ne Idee. Okay, komm mal her, pass mal auf, wir packen das Huhn jetzt ins Loch. So, jetzt schieben wir das hier in das Loch rein, das Huhn. Da ist es. Jetzt kommst du da nicht mehr raus. Guck mal in das Loch rein, da ist das Huhn jetzt drin. Ja. So, und wenn du jetzt nach unten guckst in das Huhn, dann kannst du das Huhn schlagen, weißt du? Ja, dann nutzt es ja nicht, wenn ich nach unten gucke. Ja, da ist es aber, da siehst du, da kannst du das Huhn jetzt hauen. Ja, ja, ich sehe das Huhn in dem Loch. So, hau mal drauf, hau mal drauf. Du musst jetzt mal einmal hier auf das Huhn haben, auf das Huhn, genau mitten in der Mitte auf dem Huhn sein. Ja, geht doch, geht doch, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gut. Dass das Kreuz immer da sein muss, wo ich schlage. Ach ja, stimmt, das hätte ich erwähnen müssen. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ja, ich schlage ja an und für sich nur in der Luft rum hier. Das hätte ich erwähnen müssen, hast du recht. Und vergeude meine Kraft. Ach Gott, nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Das tut mir leid, das wollen wir natürlich nicht. Pass mal auf. Denk dran, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ach, alles gut, alles gut. Gottes Willen, du machst das super, du machst das wirklich gut. Pass mal auf. Ich würde sagen, wir bauen uns erst mal ein kleines Haus, oder? Ja. Eine kleine Erdhütte, ne? Das ist doch schon mal ganz gut für den Anfang. Da können wir auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was mit anfangen. Das ist unser Haus? Ja, richtig, genau. Ach, okay. Schön ist es, schön ist es nicht. Ja, oh mein Gott. Wir machen es jetzt ein bisschen schöner. Wir machen es jetzt ein bisschen schöner, guck mal. Ja. So, hier bauen wir erst mal das Holz. Das sieht deutlich besser aus, als wenn wir das auf Erde bauen, weißt du? Möchtest du auch mitbauen? Ja. Schau mal hier, das habe ich nämlich hier für dich, habe ich schon mal ein paar Blumen organisiert. Die können wir nämlich jetzt schon mal ans Haus ranstellen. Schau mal hier. Wer stöhnt denn da so? Ach Gott. Kann ein Zombie gewesen sein. Wir müssen schnell ins Haus rein. Ja. So, schau mal her. So, ich bring dich mal ganz kurz rein. So, jetzt bist du drin. Jetzt bin ich in meinem Haus. Jetzt bist du in unserem Haus drin, genau. Aha. Jetzt kannst du... Soll ich die Blumen abstellen? Ja, die kannst du gerne irgendwo hinstellen, da wo sie schön aussehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bumm, zack. Da stehen sie. Schon stehen sie da. Bloß nicht aus dem Haus rausgehen nachts, weil nachts kommen nämlich Monster und das ist echt gefährlich, da müssen wir aufpassen. So, pass mal auf, ich mache jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Licht drin, ne? Jetzt haben wir es auch hier schön hell drin. Das ist auf jeden Fall das Schönstehaus, was ich jemals gebaut habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Ach, findest du es nicht schön, das Haus? Ja. Du kannst ja mal, wenn du magst, gerne noch ein paar Sachen hier aufstellen, weißt du? Ein paar Blumen. Oh Gott, wir haben ein Problem. Ja. Guck mal hier draußen, vor der Tür. Wir haben einen Besuch bekommen, Propa. Soll ich ihn mal reinlassen? Besuch? Ja, aber keinen freundlichen Besuch, der ist böse. Oh, 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 oh. Soll ich, komm, pass mal auf, ich hole ihn mal kurz rein und ich kümmere mich da drum. Da ist er, Achtung, ich, alles gut. Ja, jetzt ist der in unserem Haus und wir stehen hier draußen. Soll ich mal reingehen, den kaputt hauen? Aber mache zärtlich. Natürlich. Oh Gott, hier kommt noch einer. Ah, so, wir haben es geschafft, komm wieder rein, alles gut, komm wieder rein, wir haben es geschafft, komm wieder ins Haus rein. Einfach mit W wieder reinlaufen. Achtung, Propa, lauf, lauf, oh Gott, oh nein, Propa, nein, nein, oh Gott, ich bin fast tot, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 wo bist du denn? Ich lauf dir hinterher, alles gut. Ah, geht ja noch. So, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Sollen wir hier vielleicht ganz kurz einen kleinen Schnitt machen und uns beim nächsten Mal wiedersehen, was hältst du davon? Ja, würde ich auch sagen. Ist besser, oder? Hast aber einiges gelernt schon, oder? Ja. Und? Was sagst du zu deiner Leistung? Ich kann ja noch weiter üben. Propa, oh nein, Propa. Nein, nein, ich bin auch gestorben. Ja, super. Toll. Leute. Propa U2 wurde von Rewinzeit erschlagen. Das war ein Versehen, das wollte ich nicht. Nee? Nee, das wollte ich wirklich nicht. Ich wollte die Monster töten, nicht dich. Hast du auch keine Punkte für gekriegt? Nee, eben, genau. Das sind null Punkte. Also, in dem Sinne, schaut auf jeden Fall bei Propa am Kanal vorbei. Da gibt es vielleicht auch nochmal ein paar zu sehen von uns. Wir geben euch auf jeden Fall jetzt Mühe. Gaming Content wird jetzt durchproduziert, Leute. Ich würde sagen, das war es für dieses wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Propa vorbei und abonniert die beiden. Die haben es echt verdient. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part mit euch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao. Ciao.